hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen youtube video ich bin mal wieder da und ich werde das video auch im ersten dezember hochladen weil im dezember verdient man am meisten geld ja frag mich mal warum ich so lange weg war ja weil du auf den dezember gewartet hast ja ich auch im dezember gewartet ich habe jetzt ein jahr fast nichts hochgeladen ja weil ich tatsächlich auf den dezember gewartet habe weil ich weiß im dezember verdient man am meisten geld das ist normal sagen ja im dezember verdient man am meisten geld auf youtube deswegen laden youtuber da auch jeden tag videos hoch wahrscheinlich wird im dezember auch nur dieses video online gehen aber ich dachte es ist vielleicht wieder ganz schön dass sie mal wieder mein gesicht seht könnt ihr mal in die kommentaren ist ein bisschen schnodder ja wenn euch da ja dieses format gefällt wenn ich einfach nur rede dann das ist ein podcast an der heißt dick und doof das ist ja kein format du redest einfach nur ja das kann man auch als format nennen nehmen nennen ja wie geht es dir heute laser luca du bist so ein ekliger ne ja ohne witz wenn du ein girl wieder datest ich werde dir das zeigen ja ok ist ja nicht peinlich nein gar nicht krass dein gesicht ist ja peinlich genug ne jetzt müssen wir ungefähr noch 6,5 minuten reden das ist ja so schwachsinn ne ja ja wollen wir mal ich sehe mir halb so breit aus wie du da mhm ich sehe mir aus wie so ein schulkind neben dir ich war mal auch hinterlegt boah ich stecke bist du auf meinen vorhang gefahren ey mein zähl war da drin mein vorhang war zwischen dem boden und dem stuhl ja wisst ihr was luca und ich heute gemacht haben im t-shirt sieht mein bizeps voll klein aus ja ok dann klemmel um voll peinlich also ich bin heute schon gegen 8.30 Uhr aufgestanden ich doch auch nein du bist nicht aufgestanden klar ja 8.40 Uhr dann vielleicht weil luca und ich haben heute eine was wir ja heute morgen gemacht haben wir waren im gym ja ich bin circa 10 minuten Fahrrad gefahren nee 20 minuten bin ich Fahrrad gefahren dann bin ich 10 minuten Ding gefahren warte luca muss kurz gehen der kommt aber gleich wieder ok ja und ich hab hallo ja wie geht's wie geht's so pointless wie geht's halt ja gut stell mir mal stell mir mal sieben Fragen sieben Fragen ja mit deiner Socke mit meiner Socke ja ok ähm ich fände es auch richtig toll wenn du dabei die Stimme verstellst ich frage nochmal eins wir haben wirklich so ein Kinderhumor Digga wie peinlich ist das was ist die Mehrzahl von Globus die Mehrzahl von Globus sind Globulis nein warum nicht Globen wirklich Globen Globen was ist denn nochmal die Einzahl Globulis Globus Globus willst du mich mal aufessen willst du mich mal aufessen kennst du dieses TikTok Dings wo so einer diesen Trend wo so eine Person vorne steht und dann hält sie so eine andere Person in der Hand aber die Person steht eigentlich nur im Hintergrund äh also dann mach ich jetzt so die mal nach ganz hinten und dann sag mach ich so brauche mir irgendein Lied mach I remember when I remember when I remember I remember when I lost my mind du musst singen it's so out of the way it's in my hand in my head so it's too much pain boah wir überfordern Sandra jetzt mal komplett nein jetzt muss sie sich bewegen oh nein wann kommt eigentlich der in Porsche an ich hab kein Porsche ja hast du den mal du bestellst ja jedes Jahr einen neuen Porsche hast du eigentlich einen neuen Porsche? wo bestelle ich mir denn jedes Jahr einen neuen? Luca in der Zeit wo ich dich kenne hast du schon drei verschiedene Porsches und wir kennen uns seit drei Jahren nein wir kennen uns schon länger wir kennen uns seit vier Jahren ja also muss jetzt der vierte kommen ja gibt's da schon neue News oder willst du deinen äh neue News ja boah mein Magen ey ohne Witz also das ist jetzt auch kein Spaß ähm bitte schreibt Luca alle ähm dass er zum Arzt gehen muss ich es gibt keinen Menschen der hat ja so viel Furz wie du das ist nicht wirklich das ist nicht normal ne ohne Witz Luca sagt ja immer über mich ne dass ich äh zum Arzt gehen soll weil ich so viel Durchfall hab ja okay das stimmt vielleicht auch aber wusstest du das Furzen gesund ist ja aber nicht so viel ne nicht so viel na gut wir haben wirklich heute eins zu eins dasselbe gegessen ich würde auch sagen die gleiche Menge ja ja aber es kann ja sein dass ich einfach äh äh können wir nicht zeigen ne ich glaub nicht ähm Junge ich würde es euch gerne zeigen aber ich kann leider nicht wo war sie da in London nein Luca mach das sofort weg äh 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 Luca Luca ich wünschte ich könnte euch jetzt den Hintergrund zeigen aber das geht einfach nicht Luca mach das sofort weg mach das sofort weg das sind Nacktbilder von Sandra you wish dass du welche hättest ich weiß ihr wünschst ihr wünscht euch so krass dass ich Onlyfans mache da war Sandra in der Badewanne ja da war ich nackt in der ey übrigens ne ich war so gestern war ich so baden dann ruft Luca mich auf FaceTime ein und fragt mich ob ich ernsthaft nackt in der Badewanne das ist Maurice äh und sein Fuß äh sein Bein die Beine von einem Kollegen von uns aber Digga so lachkig wie er noch extra angespannt hat ne im Video immer abgekackt ja äh das war mal ein kleines Live-Update was so die letzten ja noch ja ich merk schon du beendest dann merkst du du gehst auf die 8 Minuten zu ne ja äh das war mal wieder ein Live-Update ähm wir sehen uns dann im November im Dezember 2023 wieder äh ich werd hier auch so langsam rausgeschmissen Licht geht auch aus komm recht jetzt hier nein Luca warte 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 noch 8 6 5 4 3 2 1 0 es war mir wieder eine Ehre lasst ein Like und ein Kommentar da eure Sandy bye bye das war jetzt das Video äh Luca sag doch mal äh mach mal auch so äh 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 okay ciao Like und XD in die Kommis tschau tschau ich liebe euch ihr Kleinen Like in die Kommis mh mh mh